Hallo, willkommen bei Einfach Backen. Wir haben heute ein sommerliches Muffin-Rezept für euch und zwar mit Aprikosen. Die Muffins sind super schnell gemacht. Das heißt, wenn ihr mal wieder last minute irgendwie noch ein Geschenk braucht oder ein Mitbringsel, sind die Muffins absolut perfekt. Wir brauchen Aprikosen, Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillinzucker, Salz, Eier, Öl, Sahne und gestiftete Mandeln. Wir machen einen total einfachen All-in-One-Teig. Das heißt, wir vermischen einfach alle Zutaten zusammen und heben dann noch später die Aprikosen dann drunter. Wir lassen nur die Mandelstifte übrig. Die benutzen wir nämlich für die Dekoration. Und während ich jetzt den Teig einfach zusammenrühre, wird Regina die Aprikosen schneiden und in kleine Würfel. Jetzt kommen zwei Drittel der Aprikosen in den Teig rein und die restlichen Aprikosen, die werden gleich einfach nur drüber gestreut. Wir haben jetzt hier Silikonförmchen, dann spart man sich nämlich das Fetten. Aber wenn man sie verschenken will, kann man natürlich auch ein ganz normales Muffinblech nehmen und sehr hübsche, bunte Papierförmchen nehmen. Die Aprikosen einfach drüber streuen, genau wie die Mandelstifte. Und dann kommt am Ende noch ein bisschen Zucker oben drauf. Und die Muffins kommen gleich für 25 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Die Muffins sind total gut aufgegangen, sehen super saftig und lecker aus. Ja, wir hoffen, euch schmecken die Muffins genauso gut wie uns gleich. Und lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Channel und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.